Im Abschlusskonzert ein bisschen The Cheerleader, ich war hinter der Bühne, so Stage Manager und wollte einfach als Profisängerin dabei sein, um jedem ein kleines bisschen zu sagen, sei ruhig, es geht wunderbar, macht Spaß, braucht keine Angst zu haben, einfach so richtig für die da zu sein. Und wir saßen vor dem Monitor und es war ganz witzig, im Mototheum im großen Saal, es gibt so ein ganz kleines Zimmerlein, wo dieses Fernsehen ist und alle Sänger waren ständig da versammelt. Niemand ist weggegangen und irgendwie musste sich dann groß einsingen, die waren alle so wie in einer Fußballschaft, standen sie da und haben für einen Abend so, ja super, toll, toll gemacht, bravo und es war wirklich, es war eine solche Stimmung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020